Mein Name ist Jörg Schielen und ich möchte Ihnen gerne unseren Sunnyboy vorstellen. Der Sunnyboy ist der ideale Begleiter für Ihre Mobilität in der Stadt. Ein rein elektrisches Fahrzeug in zwei Ausstattungsvarianten, einmal als S50 mit 50 kmh Höchstgeschwindigkeit und als S80 mit 80 kmh Höchstgeschwindigkeit. Der Sunnyboy ist ein Elektrofahrzeug, das man an einer ganz normalen Haushaltssteckdose laden kann, denn das ist bei vielen Fahrzeugen heute ein Problem, denn die Infrastruktur ist ja oft noch gar nicht vorhanden. Hier haben wir die Ladesteckdose hinter einem Deckel schön versteckt. Wenn ich jetzt ins Fahrzeug reingehe, dann sehen wir direkt die tolle Ausstattung. Alles ist da, wo es sein muss. Ganz einfach in der Bedienung, auch hier Automatik, Gas und Bremse, Mittelschaltung, Drive, neutral, rückwärts. Das Fahrzeug hat ein wunderbares Radio mit richtig viel Funktionen inklusive Navigation, Freisprecheinlage und natürlich, wenn wir jetzt hier rückwärts fahren, ja, geht das Radio aus und wir sehen hier die Rückfahrkamera, also auch Rückfahrkamera vorhanden. Servolenkung, Klimaanlage, Gebläse stufenlos, Zentralverriegelung, Einstellung der Lüftung, Blinker, Scheinwischer. Der Sunnyboy ist ein Dreitürer mit einer richtig großen Heckklappe und dahinter verbirgt sich ein großzügiger Laderaum. Hier passen wirklich alle Einkäufe rein. Untertitelung des ZDF, 2020